wunderschönen guten abend checker freunde ich sage guten abend ja weil wir haben es dunkel das iq light interior hat sich gemeldet hallo grüß dich ja kurz zum thema ambientebeleuchtung vom neuen idbus pro ich schwenke mal kurz zeige was das alles hat schöne türbeleuchtung hier haben usb typ c der serie hier schöne beleuchtung fußraumbeleuchtung sieht man sogar auch heute sehr gut dann hier fahrer raum fußraum hier zwei usb typ c serie das schwingt durch bis hier rüber das lenkrad mit dem slider touch kostet aber extra das neue bisschen mehr infos display nenn ich es mal kennen wir aber schon aus dem id3 id4 dann fahrerseite dann gehen wir kurz hoch auch finde ich sehr edel und dann gehen wir nach hinten doch mal richtig schön platz so das sieht es schon cool aus ich bin schon ziemlich weit hinten hier und dann gehen wir nach links und sehe da die hinteren türen die schiebetüren mit hier auch usb typ c koste aber extra komfort paket beide seiten sehr cool und dann wieder hier oben und wahrscheinlich schon für den siebensitzer vorbereitet hier hinten auch noch was kommen soll ja und dann haben wir hier noch die elektrischen türen knopf beleuchtung für die schiebetüren das auch ein extra paket das open close paket nennt sich das koste extra aber cool da ist alles elektrisch ja was können wir denn alles so machen hier wir haben optional wie gesagt mit dem paket 30 farben wie kommen wir denn dahin dass wir das verstellen können in dem fall gehen wir hier auf die vier punkte und auch das blau das verändert sich dann alles je nach farbe wie man möchte dann auch mit dann gehen wir nach rechts 1 ups halt sorry das wollte ich dann drücken so zurück so zu ambiente so dann können wir hier alles einstellen zum beispiel hier mischfarbe bisschen mehr gelb oder ein bisschen mehr blau oder nur gelb kann aber auch auf die modis gehen dann nehmen wir das als grund und fangen links an machen infinity dann ist alles schön das soll orange sein dunkel orange echt cool und so verändert sich dann aus display wenn wir dann auf die reiter zurückgehen ist es dann auch orange so mit auf die weiter alles schön orange wieder hin dann auch cool ne so ein bisschen grün zu wissen ne ja es mag blau auch schön verändert sich alles mit auch hier hin gehen wir mal in die totale ja das kommt schon sehr schön das kommt schon sehr edel ja auch hier aggressiv rot ja auch irgendwie cool ja je nachdem was man hier drin machen möchte so haben wir gelb das finde ich sehr entspannt passt zum auto weil wir draußen gelb haben und ihnen auch gelb guckt euch das normale review an das sieht man das und dann können wir aber auch noch individual machen dann gehen wir drauf und dann können wir das alles guckt mal die farben wenn ich jetzt mir so lange mit dem finger ja achtung so grün grün oder blau blau jetzt machen wir die zweite farbe gelb und so mischt sich das schon ein bisschen hier so ne ja schon ganz cool wir lassen mal so so ganz cool dann kann man zur helligkeit gehen so also ich bin schon echt lässig ne das ist hat schon was ist gut gemacht dann kann man hier die verschiedenen einzelne punkte noch einstellen display helligkeit tür helligkeit fußraum helligkeit hintere ambientebeleuchtungs helligkeit ja das ist wirklich wirklich gut gemacht oder ich gehe wieder auf die modi und kann hier komplett noch die helligkeit verändern so obwohl eigentlich überall hell war da nicht egal macht nichts aber das sieht schon cool aus kann es auch ausmachen okay das wollen wir nicht machen wir wieder an gehen wir auf wenn wir das blau mal ein bisschen so maritim so ja das ist echt cool dann gehen wir zurück bis orange ich finde es echt cool so und so sieht es dann hier im innenraum raus so sieht es dann im innenraum vom id aus id pass in dem fall ja wollte ich euch mal zeigen so die totale ja kriegen wir drauf wir haben viel platz hinten das ist schon cool ja das zum thema ambientebeleuchtung wie gesagt die 30 farben sind optional und dann haben wir wieder hier unsere farben geben aufs navi und dann ist es da alles ein bisschen mit orange hinterlegt ne ansonsten hier noch alles schön beleuchtet ne lichtautomatik fensterheber das lenkrad hier das display bleibt immer gleich genau und ansonsten machst du schon hier noch die elektrischen türen wo man von vorne dann auch verstellen kann oder auf und zu machen kann elektrische heckklappe hier unten noch ja start stopp die serie aber schlüssellos auf und zu machen natürlich kostet extra das war's das mal kurz zum thema id pass ambientebeleuchtung ich hoffe es hat euch gefallen wir haben noch assistenzsystem video einpark assistent v max assistent dann haben wir noch reichweiten video system video alles was das herz begehrt schaut euch an und erkennen dann lernt ihr das auto kennen ich finde wirklich gesagt ganz cool und dann nochmal vielen dank ans auto aus weber aus leonberg und dann auch noch weiter statt kalf und herrenberg für die bereitstellung des tollen test wagens mit voller hütte ciao ciao macht's gut